Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier bei Phasmophobia. Ja, wir haben wieder eine neue Challenge. Das heißt, wir dürfen nicht reden. Wir müssen rückwärts gehen und natürlich nur mit Kerze, ohne Strom. Ja, das wird eine aufregende und eine ruhige Runde. Also nicht wundern, wir sind alle komplett still, weil wir die Challenge haben, nicht zu reden. Außer natürlich mit der Box. Ja, so. Nicht lange schnacken, viel Spaß. So, das sage ich noch eben, Foto vom Geist durch Salz und Jagdinkopf. Da gucken wir dann immer mal so drauf, damit wir sehen. Okay. Rückwärts, Schnauze. Also rückwärts, sobald wir das Haus. Sobald wir im Haus sind, rückwärts. Vorne, also draußen dürfen wir so laufen, aber nicht reden und so. Also im Haus gelten die Regeln und hier legen wir unsere Beweise rückwärts. Viel Glück, ich mute mich raus und bis gleich. Bis gleich. Sobald wir im Haus sind. Das war's für heute. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um, 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 um. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.